So, ich grüße euch. Ja, ich bin's, euer Toxic und das ist Peanut, die jetzt gerade nicht in die Kamera gucken will, wie versprochen. Das ist die Pini, ne? Das ist die kleine Prinzessin, die immer hier Wasser trinken muss, wenn ich meine Videos auch nehme, wie versprochen. Ja, so kleine Maus. Und also zwischendurch heute, die auch mal so ein bisschen über ein Laminat laufen, ne? So, das soll's gewesen, dann mit Peanut. Ich sag tschüss. Tschüss. Und dann lass sie mal sie wieder gehen. So, ab dafür. Hau ab, kleine Maus. So, ja, wie versprochen, das ist Peanut. Ja, ja, ich wollte kurz einmal einen Jahresrückblick starten und mich einmal bedanken. Ja, mein Kanal ist exakt vor sechs Monaten an den Start gegangen. Ich bin kurz vor 400 Abonnenten. Danke dafür. Unsere Questgruppe hat jetzt gerade in dem Moment, wo ich das Video drehe, den tausendsten aufgenommen. Auch erstmal ein Glückwunsch von meiner Seite an unsere Gruppe, ne? Und, äh, wie gesagt, kommt gern dazu. Wir sind jetzt tausend und, ja, ein dufter Haufen, wie gesagt. Ähm, ja, ansonsten werde ich so weitermachen. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf jeden Fall. Da kommen noch einige Sachen auf uns zu. Dieses Jahr war absolut, ähm, der Hammer für mich, muss ich sagen. Da ist so viel passiert, ähm, in den sechs Monaten jetzt, wo ich den Kanal gestartet habe. Ich habe super Leute kennengelernt. Ähm, ich durfte viele neue Spiele ausprobieren. Ähm, VR hat einen richtigen Schub durch die Quest bekommen. Also, das tat der ganzen Sparte richtig gut, hat man richtig gemerkt. Ja, die Feiertage, ähm, neigen sich so langsam dem Ende zu. Ich wünsche euch natürlich an dieser Stelle auch nochmal schöne Weihnachten, der der meine News nicht verfolgt hat. Und, ja, wie versprochen, ähm, äh, werde ich auch in diesem Video die, äh, vier Codes einblenden. Und zwar zweimal Taishi, zweimal, äh, einmal Angry Birds, ähm, The Movie, zweimal VR für die Playstation und ein Deslap Key für die Quest. Ja, ich habe die unten in dem Banner eingeblendet. Die sind aber, ähm, nicht, äh, richtig eingegeben. Heißt, ihr müsst die selber kombinieren. Ich habe die gedrittelt oder, äh, viertelt, werdet ihr gleich sehen. Das sind so Striche zwischen und dann müsst ihr die wirklich in der richtigen Reihenfolge eingeben, bevor, äh, dass die, ähm, äh, aktiviert werden. Ja, ähm, es wäre sehr nett, wenn derjenige, der, äh, ein Key aktiviert, das kurz in den Kommentaren schreiben würde, weil dann brauchen andere das nicht mehr so, äh, unendlich rumprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch echt einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Da kommen einige tolle Titel auf uns zu. Da freue ich mich schon drauf. Dieses Medal of Honor, Walking Dead, schon im Januar. Da sind wirklich ganz, ganz, ganz große Kandidaten dabei. Ähm, ja, die Quest hat jetzt zum Jahresende nochmal mit einem großen Sale endlich, ähm, gestartet. Also der Sale, meine ich, der gestartet ist. Und, ja, vielen Dank, eine Quest unter dem Weihnachtsbaum. Wir sind wahrscheinlich noch total gehypt davon. Ähm, viel Spaß mit dem tollen Gerät, wünsche ich euch. Und, ja, ich werde jetzt auch so ein bisschen den Ball flach halten bis Silvester. Natürlich bekommt ihr wieder täglich Minimum ein Video von mir. Also das habe ich ja durchgehalten in den sechs Monaten. Also täglich habe ich was hochgeladen. Es war auch keiner genervt, ähm, dadurch. Ich habe, wie gesagt, auch noch positive Resonanz erfahren in den sechs Monaten. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich freue mich riesig auf die nächsten sechs Monate. Und, ja, ich bin, wie gesagt, kurz vor den 400. Also wenn das jetzt so weitergeht mit meinen Abonnenten, mit der Anzahl, die ich täglich bekomme, dann sehe ich mich schon so im, ja, Ende Januar, Anfang Februar, äh, Resident Evil zocken. Ich freue mich schon. Und, ähm, ja, wir haben schon in unserer Gruppe so einen anderen Running Gag. Und, ähm, vielleicht setze ich den für 1.000. Ich muss mal schauen. Aber erst mal die 500 erreichen. Erst mal das kleine ziehen und dann eventuell mal auf die 1.000 irgendwann schielen. Aber, wie gesagt, ist kein Muss. Ich bin happy so, wie es gekommen ist, wie es läuft. Und, äh, jeder Abonnent, der dazu kommt, freue ich mich. Ehrlich, ich zähle jeden Einzelnen mit und, ähm, ich bin total happy. Gut, dann, wie gesagt, ähm, werde ich heute noch ein paar Spiele wieder für euch aufnehmen, wie gewohnt. Ich habe da noch wieder so einiges. Und, ja, dann kauft noch ein bisschen ein im Sale. Ich habe mein Sale-Video noch online. Der Sale geht noch drei Tage. Schaut gerne rein, was ich euch so empfehlen kann und was nicht. Und die vier Keys, probiert sie aus. Gebt sie weiter, wie ihr möchtet. Und viel Glück, wer sie, äh, aktivieren konnte. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Jahr, äh, in alter Frische, neue Stärke und wie es so heißt. Weiter, trinkt nicht so viel, Leute, ne. Und immer schön gesund bleiben. Bis nächstes Jahr. Euer Toxic. Bye. Bye. Bye.